Der Krebs hat sich in ihr Lymphsystem ausgebreitet. Levi atmete tief ein und blies die Luft langsam aus. Die Anspannung seiner Muskeln lockerte sich, als sich ein Gefühl der Resignation über ihn senkte. Im vierten Stadium. Was heißt das? Wie behandeln wir? Wie sieht der nächste Schritt aus? Der Arzt zog sich einen Stuhl herbei und setzte sich so nah gegenüber Levi, dass sich ihre Knie praktisch berührten. Im Grunde bedeutet das vierte Stadium, dass der Krebs auf andere Organe übergegriffen hat. In ihrem Fall haben wir ihn sowohl in der Bauchspeicheldrüse als auch in den Lymphknoten festgestellt. Was die Behandlung angeht. Sloan Kettering und einige Universitätskrankenhäuser haben 2005 klinische Studien über diese Art von Krebs durchgeführt. Es gibt inzwischen experimentelle Strahlenbehandlungen, mit denen wir es versuchen können, dazu mehrere Runden Chemotherapie. Allerdings fürchte ich, dass die Erfolgsaussichten angesichts des Stadiums ihrer Erkrankung nicht gut sind. Er lehnte sich vor und fügte mit ernster Miene hinzu. Meiner Schätzung nach bleiben Ihnen ohne Behandlung nur vier bis sechs Monate, um Ihre Angelegenheiten zu regeln. Und ich will ehrlich sein, was die Chancen mit einer Behandlung angeht. Nur ein Prozent der Studienteilnehmer hat fünf Jahre überlebt. Nichtsdestotrotz habe ich ein paar Anrufe getätigt und stehen weitere erstklassige Behandlungen zur Verfügung, mit denen wir die Chancen hoffentlich erhöhen können. Jedenfalls werde ich alles in meiner Macht tun, um Ihnen zu helfen. Levi's Gedanken überschlugen sich, während er die Worte des Arztes zu verarbeiten versuchte. In seiner Branche kannte man ihn als Problemlöser. Er kümmerte sich um heikle Angelegenheiten, wenn Mafiabosse jemanden mit einem geschickten Händchen brauchten, nicht bloß stumpfer Muskelkraft. Außerdem nahm er Probleme an, die man seitens der Polizei nicht lösen konnte oder wollte. Für dieses Problem fiel ihm keine Lösung ein. Aber er wusste, dass es einige Dinge gab, um die er sich sofort kümmern musste. Er stand auf und schüttelte dem Arzt die Hand. Dr. Cohn? Mir ist bewusst, dass es schwierig sein muss, solche Neuigkeiten zu überbringen. Danke für Ihre Ehrlichkeit. Ich komme in ein paar Wochen wieder, sobald ich meine Angelegenheiten geregelt habe. Dann reden wir weiter. Aber, Mr. Yoda, Sie sollten mit den Behandlungen unbedingt sofort beginnen. Ich habe mit Sloan Kettering gesprochen und einen Platz in einem der Behandlungsprogramme für Sie ergattert. Levi winkte ab und drehte sich dem Ausgang zu. Das weiß ich zu schätzen. Aber ich melde mich, wenn ich soweit bin. Als Levi die Tür öffnete und das persönliche Büro des Arztes verließ, konnte er nur an Mary denken. Dann kann er das mal an Mary eben einberitzen ich machen. Das ist auch einfach großartig.